Michael Amar Müller ist beim Porsche Super Cup in Monaco zum Sieg gefahren. Der 33-Jährige startete von der Pole und war bis zum Schluss nicht von der Top-Position zu verdrängen. Durch den Sieg sprang Amar Müller, Gesamt-Triumphator aus den beiden vergangenen Jahren, auf Rang 1, wo zuvor der Franzose Julian Entlauer gestanden hatte. Der Galerie Porsche Carrera Cup im Wandel der Zeit 32 Bilder Das Rennen in Monaco war erst das zweite der Saison. Begonnen hatte die Serie in Barcelona, wo Amar Müller Dritter geworden war. Let's block X, Y